Ich mach nur kurz meinen Hund nach. Okay. Äh, wir sind drauf, weißt du, ne? 7.34 Uhr ist aber trotzdem sehr schön. Herzlich willkommen, Vanessa Blumagen. Das ist mein Satz des Tages, wir sind drauf, weißt du? Wir sind drauf und dran. Ja, ich hab auch heute, ich verlodder ja so ein bisschen in diesem Lockdown. Lässt du einfach mal wachsen, 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 kriegst ein Kompliment nach dem anderen. Aber Dankeschön. Ja. Ja, ich hab dafür auch leider untenrum wachsen. Also meine, ich hab heute, ich hab grad gemerkt, nein, nein, nein. Ich hab grad gemerkt, scheiße, ich hab vergessen, mir die Beine zu rasieren. Gott sei Dank, da gab ich eine Stropfose an. Ja, also nicht auf die Beine, bitte, Leute. Weil man verlottert ja so ein bisschen im Lockdown. Und dann kam's dazu, dass ich plötzlich einspringen musste und dann hab ich das vergessen, shit. Sag mal, Mariah Carey, was ist denn da los? Wir haben auch Schwierigkeiten untenrum. Nein, Mann, ich meine ganz unten. Ach, Leute. Entschuldige. Ja, shit, bin ich rot? Ich schminke drauf. Also Mariah. Sind wir eigentlich schon drauf, ja, ne? Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.